Hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Part von Newswomber Rissaland. Das ist jetzt mal hier stehen geblieben. Sollen wir doch mal in diese Festung gehen? Ich mach mal kurz den Sound etwas leiser und etwas zu laut für meinen Geschmack. Okay. Natürlich, hier gibt es wieder tödliche Eimer, die wir schon im letzten Part hatten. Sehr schön. Ähm, auch der Weg, ne, ich hab glaub ich total vergessen. Oh nein. Nicht so schön. Oder? Ich glaub hier hab ich doch noch was. Ich weiß, dass es nicht die erste Tür war. Ist das die zweite? Ich glaub die hier? Die dritte? Ähm nein, das war auf jeden Fall nicht richtig. Genau, die ist unbesiegbar. Ähm nein. Ich guck mich kurz in etwas. Oh, diese Eimer! Der Terror, der Eimer geht weiter. Super. Ist ganz toll. Da rein. Gut, das war eine dumme Idee. Fängt gut an, der Part, ja. Ganz toll. Ist wirklich klasse. Haufen wir uns mal hier was. Ich hab ja genug Leben. Von daher ist das okay. Ahaha. Hm. So. Warum tue ich diesen Fehler? Warum? Das ist doch dämlich. Hier rein. Hi. Hallo. So. Sieht aber auch nervig, diese Dinger. Da war ich schon eben drin. Nehme ich mal die letzte Tür. Das sieht gut aus. Oh, das sah gefährlich aus. Nein, und da hätte ich... Achso, ich verstehe schon. Mhm. Hi. Aha. Okay. Ja, hier ist ein Heimer Weg. Das ist... gemein. Ey, wer macht sowas? Das wolltest du umschüllen, aber wirklich... Das war echt nicht nett. Light It a. Ahhh Dieses Schlös ist doof. ich mag es nicht! Ich mag es nicht! Den ignorieren wir. Hier können wir hoch. Das ignorieren wir nicht. Die Eimer sollten wir hier auch nicht ignorieren Weil ich sonst Oh, machen könnte, weil ja, wie gesagt Diese Eimer sind tödlich, ne? Wisst ihr Bescheid? Wow, 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 wow So, jetzt nach rechts, danke Ähm Und nun? Ähm, ja Super Jetzt weiß ich noch so viel Jetzt weiß ich So, jetzt bin ich um einiges schlauer Nämlich, dass dieser Weg falsch ist Gut, da war eben die Falle Natürlich klappt das nicht La 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 Ich mag dieses Level nicht Ja, ich will da hoch Hallo Ich muss sagen, da kommt man nicht hoch Da kommt man da hoch, aber Hier ist sowieso nichts Sehr schön Gut Umgucken Oh, da kann ich nicht mit dem Sprung Betäuben Das war dumm Kann ich da irgendwie hoch? Nein Da ist ein Schalter Okay Das war dämlich Den nehmen wir mit Geht nicht Super, den kann man nicht mitnehmen Warum sagt mir das Kekker? Äh Eimer Einmal Ich glaube, ich werde einmal in Zukunft hassen Oh ja Einmal sind dumm Sind saublöd Das ist so ein Scheiß So ein Scheißdreck Oh Gott Wie viel Leben habe ich noch verbraucht In diesem Level Ich will es nicht wissen Der ist jetzt nicht lustig Lalalalalala Hi Ist das jetzt die Dann habe ich bei den ersten mal die Tür genommen Dann habe ich die gar nicht hergenommen Der Weg sieht doch gut aus Aha Da kann ich runter ok der weg sieht gut aus ja komm du mal immer das würde ich jetzt einfach mal mitnehmen mich wieder hier ok 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 das ergibt sinn ich glaube nämlich ich bin auch in erinnerung ah ja genau ok und was jetzt wurde ich gerade verarscht wurde ich gerade verarscht weil nö doch nicht ziel dankeschön das ist doch ganz einfach das level ja man muss nur den weg kennen ich habe natürlich feist wieder diese stachel danke oh Gott sei dank das ist hinter mir Level 5 ach naja gut sollte machbar sein hier kann es gekriegt werden bestimmt nicht WTF da geht es dank fragezeichen ja ok oh nein geh du weg scheiße den weiß ich war jetzt nicht so schnell los ja das war dumm das war so dumm ja toll das war nicht gleich so hm Pils 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 da guck da 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 hm wow ja ja es ist heiß sehr okay ihr seid böse wow scheiße okay hier scheint das händnis zu kommen dankeschön dankeschön gut sechstes level von der fünften Welt genau das wird ein spaß naja genau so funktioniert das Teil den Pils möchte ich haben wir saugen hier ein bisschen Feuer auf und dann können wir jetzt noch einen Strahl schießen eigentlich cool aber nicht im Zusammenhang was man hier in den Level damit machen soll für den geheimen Ausgang ich würde aber nicht alle haben und denken wir schon haben weil das glaube ich zu den shop hier führt und da und ich sonst immer wieder in den shop in die vor Welt 4 zurücklaufen müsste das ist ja auch nicht gerade so schön komm komm oh das sah knapp aus schön der Rückstoß hat mich in den Tod getrieben find ich ja super oh Gott dieses Level hat mich damals so aufgeregt da hab ich so viel Versuche gebraucht oh Gott oh Gott oh Gott das würde ich aufmachen das würde ich aufmachen das war ja so klar aber ich konnte es nicht lassen ja das war es mit dem geheimen Ausgang mit diesem Versuch ich bin wieder groß das wäre etwas hm mach ich jetzt mal hier nochmal einen Ausgang der ist um einiges leichter um einiges nicht sehr viel obwohl ist das nicht dasselbe ich rede gerade Bullshit ist das schon das Ende? Fragezeichen ja hierfür bräuchte ich diese Bazooka wo sage ich mal und dann müsste ich mir hier den Weg freimachen so normaler Ausgang kein Problem jetzt könnten wir normales Schloss machen aber nein ich denke anders ich denke mir ich will diesen Shop haben also mach ich dasselbe nochmal mit dieser Waffe hier ne irgendwie so soll wie bereit nein macht und dann würde ich äh ja, ich würde die Waffe nicht halten und dann wäre es vorbei. Okay, das ist... Mann! Auch mit diesem Rückstoß zu arbeiten ist sehr dumm. Also nicht dumm, aber schwer. Ist schon ganz realistisch gemacht, aber eben nicht grad toll. Alalala Warum? Die arme, kleine Marissa, warum muss hier sowas angetan werden? Warum muss ich sowas tun? Warum hab ich das? Ja, das ist versaut, verkackt. Ähm, ja, ich mach hier einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ich hoffe, es ist auch lang genug. Ich denk schon. Also ich mach einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Also schauen, bis dahin. Abonniere Caribbean 1-2-2-3-2-3-4-4-4-5-5-2-4-6-4-6-6.